Heute gibt es ganz großes Tennis, genauer gesagt Fußball-Tennis und es stehen sich gegenüber das Duo Klopp-Krawitz und das Team Beck-Mariotti. Jürgen Klopp also mit der ersten Angabe dieses Spiels. Andi Schön mit dem Wischer per Kopf und da ist der erste Punkt für Beck-Mariotti. Verdeckte Angabe. Oh, aufgepasst! Was für eine Szene. Das Spiel ist unterbrochen und wir bekommen bestimmt eine Wiederholung. Jetzt genau hingeschaut. Piet, der verschiebt das Netz und Andi, der rechnet nicht damit und rutscht auf dem Netzgestänge aus. Was für eine Slapstick-Einlage hier zur allgemeinen Erheiterung. Jetzt läuft das Bällchen. Stark, wie Piet den noch drückt. Stark gespielt, stark von beiden. Und den bekommt er nicht mehr. Der beste Ballwechsel bislang. Stark die Übersicht von Massimo und verständlich natürlich sein Jubel.